Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juli 2016 bezugsfrei. Die sanierte Penthouse-Wohnung befindet sich in Münster. Die Immobilie wurde 1999 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Dachterrasse, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 124 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Penthouse-Wohnung auf 1178 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. banal.